Wenn du in der Küche mit Leichtigkeit ein köstliches Gericht zaubern willst, brauchst du die passenden Voraussetzungen dafür. Wir haben die Lösung für dich. Denn heute wollen wir drei verschiedene Modelle von Küchenmessern aus drei verschiedenen Preisklassen anschauen. Willst du dich noch weiter zu den Modellen informieren oder eine der Maschine bestellen, schau einfach mal in der Beschreibung vorbei. Dort haben wir dir alle drei Varianten verlinkt, sodass du eine gute Kaufentscheidung für dich treffen kannst. Bleib bis zum Ende dran, um alle Modelle kennenzulernen. Als erstes und günstigstes Modell haben wir das Tsuneko Damastmesser. Lass mich dir ein paar Gründe nennen, warum dieses Messer ein absolutes Must-Have ist. Erstens ist die Klinge einfach unglaublich scharf. Hergestellt aus 73 Schichten japanischem Damaststahl und einem speziellen Herstellungsprozess, ist sie nicht nur scharf, sondern bleibt auch für eine lange Zeit maximal scharf. Das bedeutet, dass du mühelos durch jedes Lebensmittel schneiden kannst, ohne dich darüber ärgern zu müssen, ob das Messer ausreicht. Zweitens ist das Messer gut ausbalanciert und bietet die richtige Kontrolle. Der ergonomische Griff aus japanischem G10 ist korrosionsbeständig und verschleißfest. Die Klinge und der Schaft sind nahtlos miteinander verbunden, was bedeutet, dass sich keine Rückstände in den Zwischenräumen ansammeln können. Dadurch liegt das Messer angenehm in der Hand und du behältst stets die volle Kontrolle über deine Schneidearbeit. Drittens bietet dieses Messer eine hohe Qualität und erstaunliche Leistung. Egal, ob du dicke Schalen schälen, Früchte schnitzen oder Fleisch von Hummern entfernen möchtest, dieses Messer erledigt die Aufgabe mit Leichtigkeit und Präzision. Für mehr Infos zu diesem Modell, klick einfach auf den ersten Link in der Videobeschreibung. Dort kannst du das Messer auch direkt per Prime-Versand nach Hause bestellen. Als nächstes haben wir das WMF Grand Gourmet Kochmesser. Das WMF Grand Gourmet Kochmesser ist speziell dafür entwickelt worden, dir das Schneiden zu erleichtern. Die geschmiedete Klinge aus rostfreiem, säurebeständigem Spezialklingenstahl sorgt für langanhaltende Schärfe, sodass du immer präzise schneiden kannst, ohne ständig nachschleifen zu müssen. Und der fugenlos verarbeitete Chromagan-Edelstahlgriff liegt nicht nur gut in der Hand, sondern macht das Messer auch besonders langlebig. Was ich persönlich wirklich schätze, ist das Performance-Cut-System dieses Messers. Durch das Härteverfahren und den lasergesteuerten Roboterschliff bleibt die Klinge länger scharf und behält ihren optimalen Schneidwinkel BI. Das bedeutet weniger Aufwand für dich und mehr Freude beim Kochen. Und weißt du, was das Beste ist? Dieses Messer wird in Deutschland hergestellt. Qualität made in Germany. Das spürt man einfach. Die ergonomische Form des Griffes und das ausbalancierte Gewicht zwischen Klinge und Griff machen das WMF Grand Gourmet Kochmesser zu einem echten Profi-Werkzeug in der Küche. Alle weiteren Infos zu diesem Gerät kannst du im zweiten Link in der Videobeschreibung erfahren und ganz einfach direkt bestellen. Als drittes und letztes möchten wir dir den absoluten Bestseller und unseren Favoriten das Wüsthoff Classic Kochmesser vorstellen. Was macht dieses Messer so besonders? Nun, lassen Sie mich Ihnen sagen, es ist nicht nur ein Messer. Es ist ein Alleskönner. Mit seiner breiten Klinge und der hohen Schneidkraft eignet es sich perfekt zum Wiegen, Hacken, Schneiden, Formen, Drücken und sogar zum Transportieren aller Lebensmittel. Ja, du hast richtig gehört. Es ist das wichtigste Messer für Köche aller Erfahrungsstufen. Die Qualität dieses Messers ist unübertroffen. Die ultrascharfe Klinge wird aus einem einzigen Stück Wüsthofstahl geschmiedet, auf Rockwell gehärtet und dann im laserbasierten Schärfverfahren geschliffen. Das Ergebnis? Eine extreme, langanhaltende Schärfe, die dir bei jedem Schnitt Vertrauen gibt. Und lass uns über den Griff sprechen. Ergonomisch gestaltet aus Spezialkunststoff, dreifach vernietet mit Edelstahlnieten und nahtlos montiert. Er ist nicht nur hygienisch, sondern auch optimal ausbalanciert. Das bedeutet sicheres, ermüdungsfreies Schneiden, egal wie lange deine Kochsessions dauern. Mehr Infos zu diesem Gerät über den dritten Link in der Videobeschreibung. Wir hoffen, wir konnten dir die Kaufentscheidung erleichtern. Falls du immer up-to-date bleiben willst, kannst du gerne ein Abo dalassen. Danke fürs Zuschauen und viel Spaß mit deinem neuen Küchenmesser.